Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen angenehmen Start gehabt in diesem regnerischen Tag. Gucken wir uns einfach nur kurz diese Info zu Gala an. Danach gehe ich direkt auf die Charts ein, weil nicht viel ist passiert. Das wird ein ganz kurzes Video. Also Gala Games hat hier den Industrie-Veteran Marc Skaggs eingestellt. Und der gute Mann, der ist einfach ein Genie, wenn es ums Gaming geht. Und der soll Gala bei den Game Townstar unterstützen, unter anderem natürlich auch. Und wer ist das? Der hat Farm Will und City Will auf Facebook entwickelt gehabt. Hat über 29 Jahre Erfahrung in diesem Gaming-Bereich und hat in dieser Zeit über 3 AIAS Awards gewonnen. Hat über 400 Spielende auf Facebook herangezogen. Über 16 Millionen Kopien an Retail verkauft gehabt. Und über 30 Millionen mal wurden seine Spiele auf mobile Apps runtergeladen. Er hat unter anderem auch Games wie Command & Conquer Generates, Command & Conquer Red Alert 2, Lord of the Rings, Battle for Middle Earth. Also der Typ, der ist ein richtiges Gaming-Genie und der wird jetzt bei Gala Games arbeiten. Er wurde da eingestellt und soll ihnen helfen, das ganze Weizen zu entwickeln. Also wer jetzt schon nicht gehypt auf Gala war, der sollte es jetzt mindestens sein. Geht einmal kurz auf unser Vorstellungsvideo. Guckt euch an, wenn ihr wissen wollt, was Gala genau macht. Ich bin sehr, sehr gehypt, was Gala angeht. Und bin der Meinung, das ist auf jeden Fall ein Investment wert. Gucken wir uns mal an, was macht Bitcoin. Bitcoin ist hier immer noch unterhalb der langen Trendlinie. Die orangen Linie ist der 21er monatliche exponentielle gleitende Durchschnittspreis. Und die blaue Linie ist der 21 Monate gleitende Durchschnittspreis. Und wie wir sehen können, haben wir nie sehr viel Zeit gehabt. Wenn die Amplitude hier am höchsten war, dort war letztendlich markiert worden, dass wir den Höhepunkt dieser Korrekturphase erreicht haben, beziehungsweise wenn es um die Länge geht. Und schaut euch das mal an, wir haben nie eine lange Phase gehabt. Es war eigentlich immer nur eine kurze Phase. Klar, jeder Balken repräsentiert hier einen Monat. Aber im Verhältnis zum Ganzen, im Verhältnis zu der Zeit, die wir hier in einem Run verbracht haben, ist es recht kurz. Das heißt, die Zeitspanne, wo wir einkaufen können, ist nicht allzu lang. Wenige Monate haben wir nur. Und schaut euch das an, auch hier. Und die Frage ist jetzt, wie weit werden wir hier gehen? Das sieht schon aus, als ob wir fast in der Mitte angekommen sind. Und das hier noch weiterhin wahrscheinlich so ein kleines bisschen geht, bis wir hier die Wende haben. Also ich denke nicht, dass wir viel Zeit haben. Wahrscheinlich werden wir hier irgendwann Mai, Juni 2023 so langsam sehen, dass der Markt wieder ein kleines bisschen nach oben geht, seitlich flaggt, bis er dann irgendwann schön nach oben ausbrechen sollte. Ein weiterer Indikator, auf den wir auf jeden Fall achten sollten, neben mehreren wichtigen natürlich. Aber das ist ein signifikanter für mich, dass wir im Wochenchart, jetzt wo ich gewechselt bin, den 200er mindestens nach oben rechnen müssen. Also guckt euch das mal an. Wir halten uns zum ersten Mal so lange unter die 200er gleitenden Durchschnittspreise im Wochenchart. Und was ich hier auch interessant finde, was mir gar nicht aufgefallen ist, Seit dieser Covid-Phase befinden wir uns hier in diesem Channel letztendlich, wenn man es so nennen kann. Die obere Linie repräsentiert die Trendlinie von 2015 aus, wenn man nur die Tagesabschlüsse nimmt. Die untere Trendlinie hier repräsentiert die Trendlinie ab 2015, wenn man die Candlesticks auch mit einbezieht. Und das ist interessant, finde ich. Schaut euch das mal an. Wir befinden uns seit der Covid-Korrektur mit der 200er Moving Average genau, genau da drin. Und was haben wir jetzt gemacht? Jetzt sind wir hier angekommen. Und schaut euch das mal an. Wir kreuzen mit der 200er Moving Average bald die untere Trendlinie. Und ich denke mal, das wird auch ein signifikanter Bereich sein. Wenn wir dort durchstoßen sollten, wäre das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass eine Rallye bestätigt sein könnte oder die Wahrscheinlichkeit dafür höher wäre. Gucken wir uns mal an, was haben wir hier gemacht? Worauf warten wir hier bei Bitcoin? Guckt euch an, das ist auch hier wieder die rote Trendlinie hier unten. Und schaut mal an, wir haben hier Rejection gefunden gehabt bei der 21er, das ist die weiße Linie, 21er EMA. Hier noch einmal Rejection gefunden gehabt und sind dann eingesackt. Und auch hier die 21er EMA Ribbon, die scheinen hier als starke Resistance zu dienen. Und wir werden jetzt darauf achten. Jetzt schaut euch das mal an. Ich denke mal, in dem Moment, wo die 21er die Langzeit Trendlinie hier kreuzt, das hier sieht für mich wie ein schöner, schöner Support- bzw. Resistance-Bereich aus. Der hat hier noch als Support gedient und das Ganze kreuzt sich dann hier auch noch mit dem All-Time-High von 2017. Also die weiße Linie, die hier kommt, das ist der All-Time-High von 2017. Das ist die Langzeit-Trendlinie seit 2015 über die Covid-Korrektur gezogen. Das ist die 21er gleitenden exponentiellen Durchschnittspreise im Tagesschart. Und das sieht aus, als ob man in diese Richtung geht. Also alle drei kreuzen sich dort. Ich denke mal, wir haben hier eine sehr starke Resistance, die wir zu brechen haben. Und sobald wir sie gebrochen haben und anfangen, eine stärkere Amplitude zu bilden, es scheint auszusehen, als ob wir eventuell noch sowas hinkriegen könnten, dass es sich schnell wieder nach oben bewegt. Aber gucken wir mal. Eine richtige Bestätigung haben wir dafür nicht. Noch hält dieser Support-Bereich von hier aus. Also das ist jetzt keine gerade Linie, aber vertraut mir, wir sind genau dort. Der hält noch. Wollen wir mal sehen, ob wir jetzt hier durchstoßen, durch diese drei Linien hier durchbrechen können. Also durch die 21er EMA-Ribbon, durch die 2017er All-Time-High und durch die Langzeit-Trendlinie. Denn es sieht so aus, als ob wir hier eine starke Resistance sehen würden. Dann gehen wir mal auf Tether und gucken uns hier mal eine Sache an. Ich nehme mal Bitcoin hier dazu. Und dann wird das vielen, vielen eindeutig, was damit gemeint ist, wenn man von Rotations redet, wenn man von Umschichtung des Geldes redet. Und ihr seht hier eindeutig, wann immer Tether fällt in der Dominanz, steigt Bitcoin. Das heißt, die Gelder fließen einfach mal von Bitcoin zurück in Tether und natürlich von Tether aus in die Outcoins. Oder andersrum auch. Ihr seht das eindeutig, dieses asynchrone Verhalten. Und wo befinden wir uns gerade? Während Bitcoin hier unten ist, fängt Tether an, wieder leicht zu steigen. Wie lange wird das jetzt gehen? Wie lange wird das jetzt gehen? Dann sehen wir hier eine Kehrtwende. Das ist die Frage, die sich jeder stellt. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns das hier angucken. Das ist der US-Dollar-Index im Vergleich zu Bitcoin. Und auch hier erkennen wir, wann immer der US-Dollar-Index angefangen hat zu schwächeln, ist Bitcoin schön nach oben geschossen. Schaut euch das mal an. Wann immer der US-Dollar-Index Tiefpunkte bildet, hat Bitcoin seinen Peak erreicht gehabt. Das war der 2017er Buran und auch hier, schaut euch das mal an. Das war hier die Phase von Covid und danach erst ist der Buran so richtig losgegangen bei Bitcoin. Wann ist der Buran bei Bitcoin losgegangen? In dem Moment, wo der US-Dollar-Index komplett am Fallen war. Und was ist dann passiert? Wir haben hier All-Time-High-Bildungen gehabt und in dem Moment fing der US-Dollar-Index an zu steigen und hat seit da an eigentlich nicht wirklich aufgehört bis zu einem kleinen Knick. Und von da aus hat der Bitcoin angefangen zu schwächeln. Und das Ganze auch in der Börse, nicht nur hier mit Bitcoin. Aber gucken wir uns das mal an. Haben wir in diesem starken Anstieg des US-Dollar-Index leichte Schwäche gesehen? Ja. Hier haben wir angefangen leichte Schwäche zu sehen. Das war aber schon eine stärkere Korrektur, sind jetzt nach oben gegangen. Also es sieht ganz danach aus, als ob das langsam poppen sollte, dass wir eine kleine weitere Korrektur sehen. Das könnte natürlich für einen Relief bei Bitcoin sorgen, einen Relief bei der Börse sorgen, dass wir hier nochmal ein kleines bisschen hochgehen, bevor das Ganze nochmal nach oben geht und Bitcoin und die Börse noch einmal stärker crashen lässt. Das ist das, was ich erwarte. Müssen wir mal abwarten und sehen. Gestern hat der S&P 500 schön angefangen, wieder nach oben zu gehen. Guckt euch das mal an. Dort, der Dow Jones ist auch schön nach oben gegangen. Warum? Weil der US-Dollar-Index gestern ein bisschen geschwächelt hat. Wir haben diesen einen Sacker gehabt. Und ich habe gesagt, das kann eventuell ein schöner Move sein. Und das kann eventuell dafür sorgen, dass wir halt diese Relief Rally in der Börse jetzt sehen, dass wir da einen kleinen Anstieg sehen. Und auch bei Bitcoin, bevor das Ganze noch einmal hochgeht, ein Blow auf Top erfährt, die Märkte noch einmal so richtig einstürzen und einbrechen. und wir dann erst langsam anfangen, sich beziehungsweise uns zu erholen. In diesem Sinne, Leute, nehmt nicht immer alles gleich so, wie es ist. Denn manchmal sieht es gut aus, aber es steckt nichts dahinter. Darum lasst euch nicht komplett beeindrucken von einigen Bewegungen auf den Charts. Lasst euch nicht, wenn wir eine kleine Relief Rally in der Börse sehen oder bei Bitcoin, darauf ein, dass der Buran jetzt auf einmal gestartet hat, aus dem Nichts heraus. Es sieht meistens alles schöner aus, als es ist. Und wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr. Diesbezüglich habe ich noch ein sehr interessantes Bild für euch. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out.